Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Händelschuster. Und heute werden wir die Fragen vom Q&I beantworten, Questions and Answer Video auf Englisch auch gesagt. Und ihr habt mir insgesamt zehn Fragen gestellt, insgesamt elf Kommentare, davon zehn Fragen. Ich werde auf alle Fragen eingehen und werde die Fragen beantworten. Auf jeden Fall danke an die Aufrufe auf dein Video. Ich habe hier mein Handy stehen und momentan habe ich das Video fast 60 Aufrufe. Auf jeden Fall Kuss geht raus. Wenn du draußen noch kein Abonnent bist, kannst du mich gerne abonnieren. Denn ich habe bei YouTube Analytics geguckt. 89,9 Prozent meiner Zuschauer sind keine Abonnenten. Bitte lasst doch gerne ein Abonnent da. Ist kostenlos und unterstützt mich auf dem Weg zu den 2000 Abonnenten, denen wir gefühlt in drei Jahren erreichen werden. Dies dazu ist auch noch eine Frage, die wird später auch noch beantwortet. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke an alle, die die Kommentare geschrieben haben. Und momentan im Sommer, bis FIFA, bis so Mitte, Ende September, wird es momentan wieder nur entweder Magma Updates oder halt Challenges geben oder halt solche Videos. Da noch keine Serie draußen ist und ich momentan alle Serien voll habe, die es aktuell gibt, außer vor den Etaten. Aber da könnt ihr euch überraschen lassen. Vielleicht schon Freitag kommt dazu noch ein Video. Auf jeden Fall habe ich die Fragen jetzt nicht herausgesucht. Ich werde jetzt immer ein bisschen unten gucken müssen bei der Frage, um sie vorzulesen. Die erste Frage kommt von Zen. Ist Rune, der wohnt in meiner Stadt? Geht zwar nicht auf meine Schule, aber ist auch ein Kollege, mit der ich öfter zocke. Er schreibt. Ein gutes Video. Hast du das Heft von Panini, der von der WM 2014? Und wenn ja, könntest du dazu ein Video machen? Ja, na klar Rune, ich habe das Heft. Ich habe es sogar viermal voll. Ich habe das Heft viermal voll. Ich habe davon von den viermal auch schon eins verlost. Levi, Kuss von Ehrenbruder, Grüße gehen raus an dich, natürlich auch an Rune. Levi hat schon eins bekommen von den viermal. Drei müsste ich noch haben, also eins, was ich wirklich voll habe mit jedem Sticker, den es gibt. Auch mit den Coca Cola Stickern, mit diesen ganzen Stickern, den man irgendwo bekommen musste. McDonalds und was weiß ich. Da habe ich alles drinne. Bei den Stickern. Und ja, na klar kann ich dazu dann auch noch ein Update machen. Auf jeden Fall Rune, Kuss und Danke geht raus. Dann haben wir TheRealGGHD, also GG, mein Moderator, gefragt. Hast du noch Geschwister? Nice Video. Ich finde es cool, dass du ein Q&A machst. Danke für den, ähm, für das Lob. Ja, kann ich gerne öfters noch Q&A als wenn ihr noch Fragen habt. Und nein, ich habe keine Geschwister. Ich bin ein Einzelkind und bin ich eigentlich drauf ganz froh drüber. Aber manchmal ist es einfach langweilig. Aber ich mag es. Also ich habe es dran gewöhnt. Mehr gibt es dazu nicht zusammen. Dann kommt eine sehr interessante Frage, die mir eigentlich noch nie richtig gestellt wurde. Spiele aller Art, fragt. Bezahlst du deine Karten und Sticker selber oder bezahlen es deine Eltern? Meine Eltern bezahlen nicht viel. Also, ähm, ich kriege Taschengeld. Davon muss ich mir meist, ähm, zumeist, äh, meine, ähm... Moment, jetzt hat Michael mehr geschrieben. Das war es so komplett. Also zumeist, also meine Eltern gehen mit Taschengeld. Von denen muss ich mir meine Karten Sticker kaufen. Und wenn, zum Beispiel jetzt auch, wenn zum Beispiel jetzt ein Event ist oder irgendwas neu rauskommt, ähm, wird das, ähm, bezahlen meine Eltern dann öfters. Aber eigentlich, größtenteils bezahlen meine Eltern die Karten, äh, nicht auch. Zum Beispiel jetzt ältere Mappen habe ich jetzt in letzter Zeit gekauft. Ich hoffe, jetzt auch noch mal bald ein paar Videos zu geben. Die haben meine Eltern mir gekauft oder auch zum Beispiel, ne, die ganzen Displays und von Match-Tags und alles, die von den neuen Serien, die immer rauskommen, die ich immer öffne, auch Fortnite und so, die habe ich mir selber gekauft. Also größtenteils glaube ich mir das selber schon. Die Frage war jetzt ein bisschen komisch erklärt, weil Michael die ganze Zeit schreibt. Michael... Michael... Ach, Michael, was schreibt? Ich kann mich schon wieder... Dann fragt Levin... Der Ehrenbruder, halbische Freund, äh, Levin Schenk. Meinung zu FIFA 20, bist echt ein Ehrenmann. Danke dafür, du bist auch ein Ehrenmann. Kuss geht raus. Sag nun dazu, Impulsgranate bei damals, dass die... Mika Korven und Levi Kuss. Ähm... Mann. Ja, FIFA 20, es kommt ja... Ride, Dro... Dro... Dropper... Dropper... Pirlo... Ähm... Da kommt noch... Coman. Ich glaube, die geile Legenden sind bisher bekannt, die kommen sollen. Und Zidane. Und die sind auf jeden Fall cool. Aber was... Was willst du mit 30.000... Legendenkarten? Hat mir auch Tim Lacka gesagt hat. Ähm... E-Scotler von FIFA 04. Wenn das Spiel nicht läuft. Ähm... Ich finde... Ulcanic muss ein... Lernsystem. Äh... Wie sie beschreiben wird es eigentlich. Weil ich... Mein bestes Ergebnis war 15 zu 13. Das war ein einziges Mal. Aber da habe ich mit Levin gespielt. Wir haben wirklich gut gespielt. Sonst haben wir öfter Silber 1 und Silber 3 erreicht. Ähm... Mehr haben wir... Ähm... Pfff... Boah... Sorry. Kuss. Ja... Das war es auch komplett. Weil sonst... Nicht. Ich finde, der Weekly League muss ein bisschen fairer gemacht werden. Das ähm... Nur weil man krasses Team hat nicht die krassesten Gegner spielt. Zum Beispiel... Ich habe ja übelst dieses Jahr Päckler gehabt. Und habe immer übelst krasse Teams bekommen mit Roten von Champions Karten. Das finde ich muss geändert werden. Sonst... Ja... Karrieremodus bisschen. Aber... Sonst sollte es aber nicht laufen. Das war die Frage von dir, Lin. Dann... Syntex197 fragt. Cooles Video. Und das... Erstmal dazu und fragt. Seit wann sammelst du Karten und wie bist du auf das Sammeln gekommen? Irgendein auslösender Moment. Also... Ich sammle... Ähm... Hier wurde nur von Karten gesprochen. Aber ich mach mal beides. Sticker sammle ich seit 2010. Seit dem Bundesliga-Sticker-Album 10-11 zu der Saison. Nach der Weltmeisterschaft. Da... Die Bundesliga-Sticker kommen ja immer früher oder kommen ja auch immer so im Januar raus. Da war ich einkaufen mit meinen Eltern. Damals noch bei Penny. Also... Bei uns in der Stadt. Da hatte Penny noch das Album. Und 2010 mit meinen Eltern einkaufen. Wie alt war ich da? Sechs Jahre? Sieben Jahre? Na sechs. Da wurde ich eingespult in dem Jahr. Ähm... Also ich hab sozusagen in der ersten Klasse angefangen zu sammeln. Und... Ja. Da hab ich die Bundesliga-Sticker gesammelt. Hat nach und nach. Also da hab ich noch nicht aktiv so mit Sucht oder mit ähm... Mit Vollhafen gesammelt. Das Album hab ich mittlerweile auch voll. Ähm... Aber... Das hab ich dann angefangen zu sammeln. Karten. 2011, 12. Saison. Danach. Die Match-Tags. Die mit der... Ähm... Hellen, nieren, grünen... Rückseite. Hab ich angefangen zu sammeln. Weil in der Schule einfach... Alle die gesammelt haben. Von meinen Freunden. Und ich hab die dann auch gesammelt. Und ich bin eigentlich der Einzige geblieben. Mit einem Freund, der bis 2014... Bis wir... Äh... Bis jetzt auf Real und auf die Nase gegangen ist. Gesammelt haben. Einmal getauscht haben. Und seitdem... Da hab ich keinen Kontakt mehr. Das war so komplett. Und ähm... Der hat mit mir dann immer noch gesammelt. Und die eine Saison. Und dann die zwei Jahre haben eigentlich noch alle mitgesammelt. Die... Diese 12-13er Saison auch. Dann hatte ich lange, lange, lange keine Tauschpartner. Ähm... Auch nach der vierten Klasse bestimmt drei Jahre, bis ich zur Topsito gekommen bin. 2015. Also ich hatte zwei oder drei Jahre keinen Tauschpartner. Hab immer nur gekauft. Und... Dann hab ich Sticker-Manager kennengelernt. Und... Auch hier, wie gesagt... Die Topsito-Einnahmen, ja. Und die Meisterschaft, die sind ja mittlerweile zusammengelegt worden. Dann... Dann... Fragt... Findest du, was den Kanal tot ist, beziehungsweise nicht mehr gut voll? Da hab ich vorhin schon drauf angespielt. Mit den... Sagen, dass ich den frühen drei Jahre die 2000 Abonnenten klacke. Ja... Also... Bei meinem Kanal ist es immer so. Wenn ich kurz vor einem... Ähm... Vollen... Vor einer vollen großen Zahl, irgendwie... 100, 200, 500, 1000 sozusagen. Sowas. Dann geht das schnell. Ich hatte... Bei meinem letzten... Bevor ich die 1500 Abonnenten bekommen habe... Hab ich an einem Tag irgendwie 10 Abonnenten gemacht. Dann hab ich die Abonnenten voll gehabt. Und es war eigentlich von mir irgendwie da irgendetwas... Irgendwie geklapperniert mich. Oder... Hab mich selber abonniert mit irgendwelchen Fake-Accounts. Soll es ja auch YouTube vergeben, die sowas machen. Ich sag dazu jetzt nichts, wer hier sowas gemacht hat. Ich kenn ein paar andere immer. Ähm... Auf jeden Fall. Und dann läuft's richtig langsam. Ihr seht's. Jetzt läuft's ja mittlerweile wieder ein bisschen hoch. Ich hab in der letzten Woche 5 oder 6 Abonnenten dazu bekommen. Auf jeden Fall Dank an die neuen Abonnenten. Aber dazu muss ich auch mal sagen. Abonniert! Den Kanal ist kostenlos. Ähm... Und nicht mehr so gut läuft. Das hat auch was mit dem Sommer zu tun. Wegen der... Serien. Die dich momentan vorhanden sind. Ab September. Und jetzt wieder mit FIFA. Einmal pro Woche. Donnerstags los. Und mittwochs. Freitags. Und... Sonntags. Mit... Sammeltagen getast. Dann. Ähm... Das ist die erste Frage. Darauf geht noch gleich ein. Ja... Ich werde YouTube machen. Solange es mir möglich ist. Von Zeit her. Und vom Aufwand her. Und solange es mir noch Spaß macht. Und solange ich nur... Einmal sage. Oh, jetzt muss ich noch ein Video laden. Scheiße machen. Kein Bock mehr. Kein Geld auszugeben dafür. Und... Kein Aufwand zu machen. Aber mir macht's noch Spaß. Also eigentlich... Ich... Ich soll doch mit 20 Jahren entsetzen. Wenn YouTube da noch gibt. Ähm... Beziehungsweise hast du noch Lust dazu? Na klar. Das macht übel Spock. Mit... Ähm... Ich hab so viele Leute durch YouTube kennengelernt. Zum Beispiel Mika. Also ich hab... Alle Leute die in den Kommentaren sind hier. Durch YouTube kennengelernt. Danke, dass du immer mit mir zockst. Und für mich da bist. Gerne Mika. Und so... Mika ist wirklich ein Junge. Der braucht viel, viel Unterstützung. Da er... Sehr oft ausfasst ist. Das hat man in meinem letzten Vorgang Video, was vor einer Woche kam, auch gesehen. Am Ende. Also Mika ist so ein Junge, der kriegt der Stelauslast da. Und ich helfe ihm ein bisschen. Und wirklich, wir sind richtiger Ehrenwohl da. Mika kriegt auch wieder Mod. Wenn wir... Er hat schon Mod bekommen, glaube ich. Auf jeden Fall. Mika war... Einer meiner ersten Unterstützer. War der Erste eigentlich, der mir Melly zugesendet hat. Boah. War das eine legendäre Zeit. Dann fragt Martin, hattest du schon mal eine Freundin? Die Frage muss sowieso kommen. Ich hab zu Martin auch schon auf Instagram geschrieben. Martin, jetzt komm nicht wieder mit deinen Mutterwissen, Digga. Martin und ich sind immer so zwei... Wenn wir immer zocken, dann ist es immer so gleich. Dann sagen wir Moin. Wie geht's? Und dann geht's los mit Mutterwissen. Ganze Zeit. Ganze Zeit gegeneinander. Dann sag ich... Dann sagt der eine immer... Dann sag ich zum Beispiel... Pass auf, der hat 35 Akku. Dann sagt er, wie deine Mutter. Und sowas sagt er immer dann. Ähm... Das ist halt... Mit Martin ist das halt ein bisschen komisch. Er hört auch immer so laut Musik. Auf TikTok oder Musical.ly. Ich weiß nicht, wie das heißt mehr. Und ähm... Dazu schreibt noch was. Müsst ihr selber lesen. Also das lese ich nicht vor. Das ist auch von Martin nicht so gewollt worden. Kapper. Ähm... Ja, er hat eine Freundin zuerst in der Grundschule. Möchte momentan aber auch keine haben. Ähm... Mika The Pro schreibt einfach nur... Ah, ja. Da sag ich einfach nur... Was soll das? Und... SokanTV5, der früher meine Submails gemacht hat. Der mich aber letztens gefragt hat, ob ich welche brauche. Nochmal danke dafür. Ähm... Nein. Ich brauch momentan keine. Ähm... Er hat aber als erstes in den Kommentaren geschrieben. Warum bist du ein Hamburger? Also wenn er meint, dass ich... Ähm... Hamburg-Fan bin. Nein. Ich bin kein... Ich verstehe die Frage nicht, ob sie es sagen. Nein, ich bin kein Hamburg-Fan. Ich bin kein HSV-Fan. Ich bin Bayern-Fan. Und... Ein bisschen neuerdings Gladbach-Fan. Mit... Also Gladbach und Schalke. Und... Gladbach, Schalke, Bayern. Ähm... Und in England, Norwich, City. Das sind meine Lieblingsvereine. Die ich so habe eigentlich. Ähm... Ähm... Auf jeden Fall wird auch noch bald ein richtig cooles Video, zwei richtig gute Videos auch durchzukommen. So. Und... Ähm... Wenn er meint, ob ich ähm... Ähm... In der Nähe von Hamburg ohne... Ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt. Ich darf nicht zu viel sagen. Die Gymnasier geht zum 1-2 Mannschaft nehmen, die so in der Nähe von mir spielen. Und... Das war's als Stück schon vom Video. Das waren alle zwei Fragen. Ich habe jetzt alles an der Elf vorgelesen. Mein Lakers... Lakers und Pro-Fanke war ja keiner. Da hat er einfach nur ein Jahr geschrieben. Auf jeden Fall grüße ich nochmal alle Leute, die hier das geschrieben haben. Korven grüße ich auch nochmal. Auch wenn er es nicht hinbekommen hat, bevor ich ihm... Ähm... Bevor... Schluss ist mit dem Video... Ähm... Auf jeden Fall grüße ich dann alle raus. Bald kommt ein Gewinnspiel wieder. Abonniert gerne, liken. Jetzt kommt noch eine Endcard. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und hier noch ein letztes Video abchecken. Ähm... Was euch das Video abonniert. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schöhn. Tschüss. 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 Schöhn. Bis zum nächsten Mal.